Hallo zusammen, ich bin Melanie, Fachfrau Hauswirtschaft im dritten Lehrjahr. Ich arbeite hier in Bern in Ruppeteil und würde euch heute gerne mal meinen Beruf zeigen. Für Fachfrau Hauswirtschaftslehre musst du flexibel sein, du musst gerne mit Menschen zusammenarbeiten, du solltest körperlich gut belastbar sein und in verschiedenen Teams arbeiten. Du musst Freude haben am Umgang mit Menschen, besonders im Bereich Service. Du musst gerne kochen oder den Willen haben, lernen zu kochen. Du solltest Freude haben am Umgang mit Wäsch und der Aufbereitung von Wäsch und Interesse an Hygiene und Sauberkeit. Hier Ruppeteil ist das Coole daran, dass du nie alleine bist, dass du mit verschiedenen Lernenden und auch mit anderen Lernenden von Fachfrau Hauswirtschaft alle zwei Wochen kannst du zusammen sitzen und die Theorie und Praxis verbinden und kannst üben für deine Abschlussprüfung. Der Unterschied zu meinen Klassenkameraden ist, dass wir andere Patienten haben als z.B. in einem Spital oder in einem Altersheim und dass wir wirklich ein grosses Betrieb sind mit Aussenstationen und dadurch sehr selbstständig arbeiten müssen. Sie sehen ja wirklich ganz spannende und abwechslungsreiche Berufe. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann bewerbt euch doch hier in der UPD. Ich würde es euch wirklich empfehlen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.